So, hallo, wir machen weiter bei Slurgebee. Letztes Mal haben wir über Spoiler geredet und dabei Level gespielt. Und jetzt spielen wir weiter Level. Ah, das ist Wasser, in dem ich nicht schwimmen kann. Okay, also ich kann schwimmen, aber nicht nach links und rechts, deswegen ist es auch Thick Water. Das sind die Roten. Warum, frage ich überhaupt. Man kommt aber trotzdem, er käme wahrscheinlich trotzdem an den Boden dran. Nee, kommt man nicht. Krass. Ah, vielleicht wenn man klein ist. Nee, man kommt echt nicht an den Boden dran. Krass, okay. Vielleicht wenn man irgendwie so seitlich reinspringt, dass man... Würde ich jetzt gerne echt ausprobieren. Ob ich mich da rein... Manövrieren kann. Weil wenn ich ein bisschen in die Lücke komme... Und ja. Nice. Jetzt habe ich drei Leben, die mir nix nützen, aber man kommt dran. Okay. Aber klar, der Mond ist nur dafür da, um festzunehmen, damit der Spieler schon mal lernt, okay. Okay, und auch das musste ich... War wichtig zu testen. Ich kann auf die roten Splinter. Sehr gut. Ah, ich wollte auf das Fies mit schatten. Hat nicht funktioniert. Aber die Kombination mit dem Pflanzen will mir nicht gefallen. Dass ich hier sofort wieder einen Pilz bekomme, ist schon eher... Ich glaube, die kann ich sogar killen. Nein, die kann ich nicht killen. Okay, gut. Dann kille ich die halt nicht. Soweit ist ja alles angenehm. Hier ist wirklich bisher nichts. Was irgendwie blöd ist. Oh, das wird interessant. Ja. Ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. Äh... Muss das so sein? Pff. Okay, die könnte ich theoretisch, könnte ich da eine offscreenen, aber... Wozu? Nein, ich kann nicht auf den... Ich wette, das war kurz vor Mitwaypoint. Ich wette, das war kurz vor Mitwaypoint. Safe war das kurz vor Mitwaypoint. Diese... Diese erste Sprung ist schon blöd. So, danke. Alles okay. Alles danach ist cool, wollte ich sagen. Aber der erste Spruch nicht. Jetzt komme ich wieder nur mit einem Pilz dann da hin, wo ich war. Oder auch gar nicht. Jetzt einfach nicht den Pilz verlieren, weil ich auch recht blöden stelle. Dann sind wir alle happy. Geh weg! Ich wollte halt gerne zwei Pilze hier haben, aber dann... Eine Blume hier bekommen wir ja auch zu wild. Oh! Wie mache ich jetzt? So mache ich das! Nice! Wir haben den Pilz behalten, den wir vorhin verloren haben. Sehr gut! Und hier wollte ich eigentlich dafür sorgen, dass da nur eine Säge ist, aber gut, dann halt nicht. So, diesmal lassen wir uns nicht von dem erwischen. Wir interessieren uns einfach nicht von den Kollegen hier. Oh, es war noch nicht mal vor Mitwaypoint. Aber jetzt mitwaypoint. Nein, vollkommen noch zwei doofen Pflanzen. Iiii, das ist ja richtig ekelhaft jetzt. Bäh, das ist echt blöder Sprung. Kann ich die... Nein, die kommt sofort raus, ne? So kommt aber die untere nicht raus. Aber sobald ich... Wait, dann kann ich die aber... ... auseinanderziehen. Ja, auseinander. Jetzt kommt wieder die Lustig-Plattformen. Jetzt muss ich irgendwie den Weg an dem schnellen Fischstrand vorbeifinden. Hart mit dieser lustigen Pflanze. Oh boy. Nein, so nicht. Oh boy! Oh boy. Der zweite Abschnitt wird kritisch. Ich glaube, der wird kritisch. Nein! Jetzt hatten wir so eine gute Ausgangslage. Und dann versau ich's. So, aber wir kommen schon mal weiter. Oh, nicht immer zwei. Hasse die Dinger. Hier wer... Hier wer... Oh boy. Oh boy! Okay, Pilz. Zum Glück wird man hier echt mit Power-Ups versorgt. Und zwar gut versorgt. Das ist sehr schön. Möchte nicht getroffen werden hier. Lass mich in Ruhe. Sehr gut. Das ist nicht das Problem. Das ist auch nicht das Problem. Sehr schön. Das ist wieder ein Problem. Jetzt gut... Oh boy! Oh, ist das fies! Oh, Mann! Nein, es reicht nicht. Ich muss den... Oh, ich muss den so nutzen. Ja, Gott! Das wird ja furchtbar. Oh, das wird ja furchtbar. Ich dachte, ich komme mit dem Splitch-Up hoch. Leider nein. Ich muss es einmal testen. Ich kann nicht auf das Ding Splitch-Up. Nein. Ich muss es einmal testen. Denn wenn ich das könnte, würde ich natürlich die Stellen ganz anders machen. Ganz anders. Ich muss kurz mießen, glaube ich. Moment. Moment. Ich habe es geschafft, mich zu muten. Scheiße. Aber auch hier wieder... Aber auch hier wieder... Der Anfang ist wieder am schwierigsten. Und da kommen die meisten Stellen, die kritisch sind. Danach geht es... Danach geht es eine ganze Zeit lang. Weil jetzt kommt nämlich gleich wieder mein Pilz. Da ist mein Pilz. Da kam jetzt hier der lange Delfin und der kurze. Aber auch das jetzt nicht. Das war blöd von mir. Okay. Den anderen Pilz habe ich vorhin in dem kleinen Mannschirmbecken verloren. In dem nicht in dem hier. Weil das so kurz ist. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Okay, 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 okay. So, der macht einfach... Da sind zwei. Da sind wieder zwei. Und ich darf nicht... Oh Gott, ich muss... Ach, scheiße. Ich muss von dem aus springen. Ich könnte auf die untere mit einem Spinschirm... Aber das ist sehr... Sehr risky. Ich muss den Pilz hier auch überhalten. Klasse alles. Okay. Warum ist das Wasser auch so spick? Wer hat das dem Wasser erlaubt? Ich nicht. Scheiße. Einfach durch. Einfach durch. Es ist der Anfang. Ich komme am Anfang nicht vorbei. Oh, der vernünftige Hits. Mann. Wenn ich den Anfang habe, dann komme ich recht weit. Aber den Anfang komme ich nicht. Gibt es doch nicht. Nein. Ich komme hier nicht vorbei, ohne den Pilz zu ver... Moment, komme ich gar nicht mehr vorbei. Ich komme nicht hier vorbei, ohne den Pilz zu ver... Das gibt es doch nicht. Jetzt komme ich zumindest mal wieder komplett vorbei. Yay. Geheim. Geheim, habe ich gesagt. Nein. Nein. Vom Pilz. Vom Pilz. Der Sprung ist scheiß. Yes. Oh, wir haben es mal geschafft, ohne Pilze zu verhören. Jetzt wäre es zu wenig... Hier zu verhören. Hier zu verhören. Zweimal schon geschafft, ohne Pilz zu verhören. Wenn ich halt nicht so doof wäre manchmal, ne? Da wäre schon viel geholfen. So, vielleicht verlieren wir diesmal auch nicht den Pilz hier direkt wieder. Vielleicht auch schon. Muss ich da wieder durchkommen. Okay. Aber hier wäre es halt echt gut, einen Pilz zu haben für die Hürdenstelle dahinten. Na, für die zwei Pflanzen wäre es echt gut, einen Pilz zu haben. Oh, ich kann das timen. Die kommen jetzt raus und schießen noch nicht. Schade, aber ich kann das timen. Das klappt tatsächlich dann ganz gut. Es wäre trotzdem das Ziel, einfach den Pilz vom Anfang zu behalten. Aber ich will ja anscheinend einfach nicht. Weil das wäre ja zu einfach. So, aber wir sind schon wieder hier. Ich verliere ihn halt trotzdem direkt wieder. Ah, Mann. Jetzt komme ich wieder nur mit einem. Mit nichts dahin. Okay. Das ist auch so ein knapper Sprung. Okay. Okay. Das ist auch so ein knapper Sprung. Ich weiß nicht. Oh, boy. Okay. Pilz, bitte behalten. So ist gut. So ist gut. Nicht jetzt getroffen werden. Nicht getroffen. So ist gut. Was? Was war das für ein... Oh. Kann man jetzt wenigstens den behalten? Kann ich den wieder irgendwie off-screenen? So wie vorher. Nice. Wir haben den Pilz. Ich darf jetzt nur nicht Quatsch machen. Also einfach so spielen wie vorhin. Dann behalte ich den Pilz. Nice. Nein. Ich wollte noch nicht hier hin. Ich wollte noch nicht hier hin. Kriege ich die vorsichtig reingeladen? Nur so ein bisschen? Dass die wieder nur rauskommen, aber noch nichts tun? Nein, das ist nett. Oh, warte. Komm noch mal da hoch, oder? Der Fisch-Stunden trifft mich auch. Sheet. Auf den habe ich noch gar nicht geachtet. Oh, Junge. Oh, Junge. Mist. Ganz großer Mist. Hau ab. Nein, jetzt sind die wieder, oh man, so wie sie vorhin waren, war die viel besser. Da waren die schön synchron. Und jetzt waren sie einfach nur Müll. Sonst bin ich wieder hier ohne Pilz. Er kommt nicht schnell genug hoch. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Da bin ich doch auch hochgekommen. Oh, shit, ich fuhr da nicht hoch. Wir sind fest. Boah, das Level ist echt schwer. Für mich. Ich sage lieber für mich dazu. Sonst heißt es wieder, es ist überhaupt nicht schwer, du stellst dich nahe. Ja, für mich ist es gerade schwer. Okay, danke. So, nein. Chill. Chill. Wie hat mich jetzt die Flosse getrunken? Ich bin eine Blume. Ich muss mal kurz was testen. Okay, man startet auf jeden Fall hier. Ah, ich kann kein Power-Up hier mit reinnehmen. Ich wäre sonst mit einer Blume mal eben wiedergekommen. Schade. Hackersteller, die nachdenken. Ekelhaft. Nein, wir haben den scheiß Fisch hinter uns gelassen. Dann muss ich blödsinn. Dann muss ich blödsinn machen. Oh, es darf nicht wahr sein, Mann. So, so ist es gut. Die müssen konstant, äh, also Quatsch, ganz klar, synchron ankommen. Dann schaffe ich den Sprung auch. Nicht auf den Magen, okay. So, jetzt nicht treffen lassen. Ich meine, das Blöde ist halt, ich komme halt nicht mit dem Viech da hoch. Oder komme ich vielleicht doch hoch, wenn ich ihn ganz oben erwirte? Nein, es reicht nicht. Das ist das Problem. Okay, so geht's. So geht's ganz gut. Jetzt kommen wir auf jeden Fall schon mal weiter. Weil selbst wenn ich getroffen werde, kann ich durch die Pflanzen Damage boosten. Also egal. Jetzt geht's weg. Tut sie nicht. Aber wir kommen durch. Das ist jetzt neu. Oh boy. Will das nicht. Nein, wieso springe ich? Ich wette, da wäre das Ziel. 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 Wir gucken nur kurz, ob da das Ziel wäre. Wir gucken nur kurz, ob da das Ziel wäre. Mehr weiter spiele ich nicht. Ach, verdammt. Okay. Wir hätten's gehabt. Wir hätten's gehabt. Das Level ist also recht kurz. Das ist gut. Das ist der letzte Spiel gesprungen mit diesem Pflanzen da hinten. Und dann darf man einfach kein Dum-Dum sein. So. Äh? 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 Äh, das reicht nicht. Muss. So holen. Genau. Schießen die so schon? Ja, blöd. Egal. Nein, 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 nein. Jetzt muss ich aber durch. Jetzt muss ich durch. Das Problem ist aber jetzt, muss ich die Stelle überleben. Okay. We did it. We did it. Das kann ich nicht versauen. Das wäre jetzt richtig dumm. Ich gehe einfach mit dem Spinschirm rein oder so. Das war das vorletzte Level, ne? Dann ist das das letzte. Ich denke, dafür machen wir nochmal den extra Part auf. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.